Let's go! Liebe Freunde, herzlich willkommen zur besten Trampolinunterhaltung in ganz Europa. Wir sind heute wieder mit einem neuen Video am Start. Max, ich bin die Marlene. Heute gibt es die Send or Save Challenge. Was ist das? Glühbirne! Also, wie funktioniert jetzt die Send or Save Challenge? Wir haben uns jeder gegenseitig vier Aufgaben gestellt. Eine davon ist immer der Send, das heißt irgendeine schwierige Aufgabe. Der Save ist irgendein leichter Trick. Vorwärtsrolle oder irgendwas lustiges. Genau. Durch Zufallsprinzip wird ausgewählt, welchen von den zwei Tricks man machen muss. Wenn man schafft, super. Wenn man nicht schafft, gibt es am Schluss irgendeine Bestrafung. Und dann würde ich sagen, geht es los mit dem Video. Let's go! Intro! Liebe Grüße an Stefan Dollinger für diese tolle Videoidee. Sein Video ist in der Infobox verlinkt. So Freunde, ich fang an. Ich bin jetzt offen. Der erste. Die ersten zwei Challenges. Ich bin gespannt, dass die Marlene hier aufgeschrieben hat. So? Tada! Oh no! Was ist? Was ist? Was ist? Freunde, ich war safe. Was steht drauf? Double Ball Out. Let's go! Let's go! So. So. Erster Trick. Easy für den Max. Ein Double Ball Out. Juhui! Du machst sogar zwei. Nice! Check! Easy! Boom! So Freunde, jetzt bin ich dran zum Auswählen. Ah, jetzt schaut doch mal. Oh! Oh! Wir haben einen Cent. Wir haben einen Cent. Und zwar heißt es ein Rückwärtssalto mit drei Schrauben. Puh! Schauen wir! Let's go! Let's go! Damn! Next World! Der Triple Full war super. Der war ziemlich easy. Der war echt kein Problem. Der war ziemlich easy. Das nehmen wir das nächste Mal safe. So, jetzt ist der Max wieder dran. Ja! Garde! Freunde, also für die meisten es wahrscheinlich krass sind, aber für mich ist es ein Cent. Wir haben Cody ohne einen Backflip davor. Das heißt einfach am Bauch landen, ohne einen Cody machen? Genau. Auf den Bauch springen und dann Rückwärtssalto in Stand oder wieder auf den Bauch. Klingt jetzt eigentlich nicht so schwierig, oder? Super! Also! So, jetzt schauen wir mal. Get your Max! Okay! Das war jetzt einmal ein Tester. Einen An-Tester. Mach einen Check! Das tut! Boah! Er traut sich! Er traut sich wirklich! Yes! Na ja! Super! Fertig! Also, das ist jedes Mal wieder komisch. Es ist ja einfach komisch, ohne Backflip davor. Wer kann einen Cody ohne Backflip davor? Schreibt es mir in die Kommentare! Sender safe! Next one! Safe! Oh! 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 Wir haben wieder einen Sender, Alter! Das ist gut! Gut! Das ist gut! Es ist ein Doppelsalto mit ganzer Schraube im ersten Salto. Also ein Backflip davor! Habe ich schon lange nicht mehr gemacht! So! Die Marlene probierst du es nochmal aus? Ja! Da kommt jetzt noch wirklich Zeit dran, Freunde! Crazy! Easy! So close! Yes! Easy! So, ich habe es jetzt mal geschafft, auf dem zweiten, dritten Versuch! Aber es zählt leider nicht! Die Challenge habe ich leider nicht geschafft! Zählt! So, Max! Nächster Trick! Bottoms! Dick! Dame da oben! Dame da oben! Dame da oben! Was haben wir da jetzt für dich? Hey, zwei Glick, Leute! Wir waren safe! Rückwärtsrolle in die Schnitzelgrube! Super! Mal die Rückwärts mit Style, Freunde! Let's go, next trick. Diese. So, das haben wir. And safe. Flickflacks über die ganze Bahn. Okay. Let's go. Flickflacks. Auf der längsten Trampolinbahn der Welt. Hops, hops, hops. Achtung. alleine da ist auch das Trampolin. Schwindlig. Schwindlig. Nächster Trick? Nächster Trick? Welche bist du? Wie ist sie? Bitte, schauen Sie. Was wir haben. Schwierig. What? Schwierig. Schau, schau. Also wir haben einen Cent. Dabble Back, Dabble Full. Damn, also eine komplette Kombi haben wir jetzt, Freunde. Also eine Kombi mit drei Tricks. Kombi mit drei. Also wir haben Dabback, also Doppelrückwärtssalto. Doppelrückwärtssalto mit Doppelschraube rückwärts. Sofort Salto mit eineinhalb Schraube. Ja. Oha. Endlich, endlich. Doppelrückwärtssalto mit Doppelschraube. Oha. Ja. Oha. Doppelrückwärts. Doppelschraube. Und Fahrradhäuser. Doppelrückwärtssalto mit Airbag. Triple Side Flip. Send. Send it. Send it. Wuhu. So, der Max hat mir jetzt noch einen Trick überlegt, den ich machen muss, weil ich verloren habe. Max hat alles an das Nichts geschafft. Ich habe leider einen Fuhlin nicht geschafft. Deswegen. Kleine Bestrafung für die Marlene ist, die Gänge vom Wallrun, Drop in von der Wall. Let's gleich sagen, was das ist. Oh. Marlene war's da. Ja. Boah. Ja. Easy. Okay. Schaut schon ganz gut ausgeschaut. Nice. Und jetzt von oben. Ja, ist schon hoch, oder? Viel zu leicht. Also, Freunde, der Trick ist zwar vielleicht schwierig, aber er ist scary. Die Überwindung ist groß. Aber es ist richtig cool, wenn man es geschafft hat. Und er schaut auch richtig, richtig smooth aus. Danke. Was? So, das war's jetzt mit unserer Challenge. Ich habe es leider verloren. Aber es war trotzdem richtig lustig. Richtig cool, wieder mal ein paar Tricks zu probieren, die man sich sonst nicht traut. Ja, ich hoffe, euch hat's auch getaugt. Schaut es in die Kommentare, ob wir das vielleicht wiederholen sollen, ob wir einen zweiten Teil machen sollen. Wäre schon cool. Ich werde motiviert. Vielleicht machen wir da mal wieder mit. Das wäre cool. Dann wäre es vielleicht muss spannender. Genau. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Kommentiert etwas. Schaut es bei uns auf TikTok vorbei. Da gibt es Dienstag und Donnerstag um 20 Uhr immer einen Livestream. Außerdem gibt es uns auch auf Instagram. Jumpt um Linz und Jumpt um Glangfurt auf Facebook. Und ganz genau. Genau. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.